Robert gesprochen. Die Augen sind die Fenster unserer Seele. Richtig. Na gut, wenn ihr lieber über Philosophie redet, anstatt über Physiologie, dann reden wir mal über die Seele. Allah? Entschuldige, könntest du mal bitte in mein Büro kommen? Ja, ich komme sofort. Na gut, Kinder, nehmt euch doch bitte alle, während ich weg bin, ein Band der Enzyklopädie in die Hand. Und versucht etwas über unsere Kultur zu lernen. Ich kenne euer Spiel. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ich habe euch beobachtet, seit ihr hier seid. Beobachtet, wie die Leute die Stadt verlassen. Und wie sie sterben. Ihr seid nicht in Ordnung. Keiner von euch. Eines Tages wird einer das dagegen tun. Ich mag es nicht, wie du mich ansiehst, mein Junge. Ich habe auch noch eine Knarre. Und ich bin nicht der Einzige. Und eines Tages wird irgendjemand aufs Dach steigen und knallt euch ab, ihr kleinen, miesen Schweine. Einen nach dem anderen. Nach dem anderen. Was ist? Was willst du dagegen machen? Wieso holst du nicht wie die anderen kleinen Pisser? Tu schon was, verdammt! Ichage. Spannend ist ihre Ein excel, was erinnert. Hast du dich? Du hast irgendet. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017